So, hallo, erstmal danke von Oliver Bauer für die Nominierung. Oliver, das kriegst du irgendwann zurück. Und ich nominiere jetzt hier Josef Hindl, Blaine Town, von dem haben wir gesagt, und Alexander Potzler. So, dann greifen wir sie mal auf. So, danke schön. So, das war's. So, das war's. So, das war's.